Man die Besitzer und die Ärzte werden mittlerweile verfolgt. Die Hexenjagd auf die Ärzte hat begonnen. Hey! Hört auf! Hört auf! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Leute, was macht ihr da? Was macht ihr da? Lasst die Wälder raus! Hört auf! Hört sofort auf! Friedliche Bürger zu verletzen, die für ihre Grundrechte eintreten. Hört sofort auf! In Gottes Namen! Was macht ihr da? Ihr versündigt euch! Ihr versündigt euch vor dem deutschen Volk und vor Gott! eres Eminwesen zu verletzen, das ist mein Kind roum. Ich bitte jetzt, die Polizei zur tanten Arten zuieliaten! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Und ich bitte, die Polizei去heuju was sie hier fuhr freibet ... att. rone ehrlich... Manja! Wir werden jeden einzelnen Polizisten der Straftat belangen, wir werden jeden einzelnen Polizisten anzeigen und dafür sorgen, dass der Wort nicht mehr erarbeitet. Das kann nicht sein, dass die hier massiv gegen Recht Verstöße machen. Das ist nicht möglich. Und ich bitte die Polizei auf, die Presse ihre Arbeit zu machen.